Fange Fische. Also ich würde euch empfehlen bei einem abgelegenen Ort zu landen, wie zum Beispiel hier bei den Schuldenfischer. Hier sind eigentlich relativ selten Gegner. Ihr findet auch direkt Angelrouten hier. Schnappt euch eine Angelroute. Hier habt ihr auch viele Angellöcher, wo ihr angeln könnt. Die Aufgabe hat mehrere Stufen. Die Stufen sind 1, 5, 10, 15 und 20. Sobald ihr alle Stufen erledigt habt, habt ihr den Auftrag fertig. Vielen Dank.